So, da haben wir es doch. Hab ich meinen Shotgun eigentlich schon nachgeladen? Wieso ist der Typ schon wieder so weit vorne hier? Ja, was für ein Zufall ist das? Maybe try to play in a team, how about this? Liebe Gibi, der hat immer so eine große Hitbox. Wieso versuchen sie ihn zu finishen? Wie sie ihn finishen wollen. Weißt du, er läuft an mir vorbei, sein Mate ribbt gerade an mir und er versucht ihn noch zu finishen. Ich glaub's nicht. Mein Gott, der Junge, der kann sich aber auch nicht selber helfen. Leck wie hier. Oh fuck. Ah, ah. Hier ist sogar einer oben. Die Burstwaffe ist nicht mal so schlecht irgendwie. Das ist ja mal cool. Ich spiel die mal kurz auf Einzelschuss, dann gucken wir mal ob das vielleicht besser geht noch. Ne, ich finde den Burst besser. Gerade bin ich so der Single-Clicker. Der was cool ist, Golden ist hier? Ne. Ne. Der war knocked. Gibi, wir haben eine Kampf hier. Vielleicht willst du hier kommen? Wir haben hier. Wir haben hier. Das ist so hell hier in der Höhle. Ich kann nichts erkennen. Nice, der Gibi jetzt auch mal da. Haha, nice. Ja Leute, sorry aber ich habe schon alles gekehlt hier. Ey, das kann ich gar nicht bedicken, so. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nette Runde, thank you. Pank, 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 pank. Pank, 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 pank. So, jetzt gucken wir mal, null damage hat der Gebi. 100 pro, 100 pro hat der null damage. Oh, 305. Alter Schwede, was eine Runde.